Ja und weiter geht's. Wir haben im vorigen Video hier unten sämtliche Boxen geöffnet. Jetzt geht es noch um. Hier sind ja auch fünf Stück. Ich denke wir fangen mit der hier an. Kämpfen uns eben kurz hier durch. Hup, hup, dahin. Mal schauen was wir da alles finden. Treppenhaus da. Da ist die erste. Es gibt mir echt zu denken, dass wir so viele Teile immer nicht bekommen. Immer noch. Schade. So, das war hier. Hier lang. Da. Äh, nein. Und da. Und da. Und da. Und da ist man. Und da. Und da. Und da. Und dann geht es jetzt weiter. Und da. Ich würde sagen zu der Box. Von da kommen wir da hin. Da hin. Ja. Ja. Und da hin. Ja. 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 Na? Ich versuche mal. Ich will nicht. Dann die Tür. Dann die Tür. Dann die Tür. Achso. Da ist er. Gut zu wissen. Brauchen wir jetzt grad noch nicht. Okay. Okay. Muss ja nicht unnötigen Talisman verbrauchen. So. Tob dich aus. Ja. Ja. Wasser schon. Ich denke. Okay. Kleines Weib. Ah. Zweiter Anlauf. Die Tauter heute sind so schnell auf. Wahrscheinlich treten wir irgendwie auf die Füße. So. Hier durch. Und da hin. Na gut. Auf. 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 Richtig, richtig. Kann unten oder aus der Richtung weiter. Ja, dann hier rein. Da soll was rein. Da ist auch. Wo bist du denn? Aquarius Key. Ja, so langsam kommen sie alle zusammen. In dem Speichern. Raus. Irgendwann soll ich zunächst gehen. Hier rein. Hierher speichern. Und dann gucken wir mal welche Türen jetzt aufgehen. So. Hier haben wir gar nichts. Auch nicht. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Hier haben wir mal welche Türen. Mysterious Türen. Doch. Na. Da. Ja. 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 Da. Ja. 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 Das ist doch eine Welle. Merkwürdig. Ja, das ist mein Zimmer. Was gibt es hier so? Ich bin nicht mehr da. Was ist das denn? Ja, ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da. Ja! Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. Leute, gehts euch gut? Mein Name. Junge, Junge, Junge. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. So, und das war schon. Das heißt, ich geh jetzt nach unten. Da brauchten wir drei. Und, ja, Keller. Hast du oben noch was? Etik. Eine Fehlkarte hinter der Karte. Nein, ich würde sagen, erstmal hier unten. Das. Und dann können wir halt zum Keller weiter. Ja, ich würde sagen, erstmal hier unten. Hier. Da. Easy to. Ja. Ja. Na, hush, hush. Ich hab das Gefühl, das gleich wieder. Ja. Wie late hier auftaucht. So. Mal schauen, ob der Aufwand sich gelohnt hat. 5. Achso. 5 sinds ja. Oh. Oh. So. Welchen Kerr müssen wir denn? Das war dann, glaub ich, auf der anderen Seite. Das nutzen wir für einen kurzen Zwischenstopp. Und los geht's. 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 Ich glaube, das ist der Fall schon. Wir werden's jetzt gleich sehen. Genau, hier ist nix. Wenn ich mich muss, den meine ich. Also hier und... Nächster rechts. Oh sie da. Hm. Hm. So, und da war mein Rechner abgestürzt. Ich war auf dem Weg in den Keller. Ich bin jetzt wieder zurück. Und zwar... Ups. Ich bin jetzt doch diese Treppe wieder runtergegangen. Weil... Hier ist ja... In der Mauer... Der Durchbruch. Ich wollte aber sehen. Da. Dann gucken wir mal. Hebelchen ziehen. Herzlich Willkommen. Hier müssten eigentlich irgendwo noch ein paar Batterien sein, glaube ich. Genau. Die Lappe bauen wir doch nicht. Die Box ist da. Das... Auf dem Plan. Alter. So. Was geht? Aber das war der Hinweis von vorhin. Also, einige wie das zuvor. Turn the light doch. Komm, komm, ich fahre nicht aus dran. Nein, natürlich nicht. Herzhaft, Herz. So ganz vorsichtig daran vorbeischleichen. Das war nicht die Idee. Okay. Vielleicht muss ich den erst rauslocken. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Ich bin hier trotzdem hier. Ich bin hierhergekut. Ich bin hierhergekut. Ich bin hierhergekut. Ja, damit hatte ich nur wirklich nicht gerechnet. Oh, gut. So war ich auch nicht. Warum ist er da? Ja. Mach auf. Und ja, rein in die gute Stube. Diesmal wieder alles besser. Okay. Wir wissen ja jetzt, was passiert. Und trotzdem erschrecke ich mich. Gibt's auch nicht. Wie wäre es, den mal da rauszulocken? Müsste doch gehen, oder? So. Das ist ja klar. Da ist er, da. Jetzt ganz schnell hier rausschleichen. Dann sind wir doch sicher. Da ist er. Da ist er. Genau. Was, hier müssen wir eh nochmal runter. Da ist ja mal der Stab. Aber, der interessiert mich jetzt gar nicht. So, läuft uns nicht hinterher. Sehr schön. Wollen wir nochmal speichern. Sehr schön. Mal speichern. Ja, und ich denke, damit machen wir an der Stelle auch mal wieder eine Pause. Weil...